Hallo und herzlich willkommen zu Annoimilote. Ich weiß, ich sollte eigentlich bei meinem anderen Account, also da wo ich noch nicht mal die Ausbilder geschafft habe, weitermachen. Aber ich finde es irgendwie interessanter, wenn man gleich höher ist als vorgeschrittener. Und ja, ich habe schon ein paar Truhen zum Öffnen. Mein Freund sitzt gerade auf meinem Bez und... Ich sage lieber nichts dazu. Jetzt ist hier Gold drin, zwei Juwelen, ein Knall und der Ofen. Das ist mein Deck, ich habe einen Päcker drin, wie schon im letzten Video gesagt. Richtig geil. Öffnen wir mal die Silbeltruhe. 41 Gold, die Bogenschützen und der Tesla. Hey, Juni, weißt du ein gutes Deck in Clays Royale? Ja. Was? Ohne Baby Dragon? Nein. Nein, jetzt ernsthaft, weißt du ein gutes Deck ohne Baby Dragon? Ja. Zeig hier. Nach dem Video. Jetzt, ich weiß keins und das ist nicht gut. Du hast fast keine Karten, Mann. Ich habe den Prinzen, den Feuerball, den Knall, die Pfeile, Stingsarmee, Skelettarmee, Päcker, Skelett, Ritter. Schau es dir einfach mal an, ich weiß nicht, was für ein Deck ich benutzen soll. Damit war ich nie ganz ziemlich gut. So, in fünf Tagen kommt anscheinend der Friedhof. Dein Zauber bringt an einer Stelle in der Arena eine Gang von Skeletten zu Tacke. Eine Gang. Wir müssen sie tun. Ähm, jo. Wenn ihr ein gutes Deck wisst, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sagen, ich kämpfe mal mit diesem Deck. Ja, ich könnte, ihr könnt in meinen Kanal kommen. Kanal. Kanal. Ähm, ja, Clan. Er heißt, wie oben schon steht, SM Greninja. Ja, hier ist mein Freund. Black Knight SM. Und ja, könnt ihr viel mal rein, wenn ihr wollt. Jetzt würde ich sagen, ich will den blöden Mini-Päcker anfordern. Ich bin der Typ im Hintergrund. Ist mir egal, wer du bist, Black Knight SM. Ist mir egal. Halt die Schnauze. Ich will jetzt kämpfen. Ja, gut. Zwei Minuten dreißig ohne Kampf. Das ist kacke. Das ist blöd. Und wie ihr schon in meinem Kanal wahrscheinlich gesehen habt, habe ich jetzt einen Kanal-Banner. Aber ich finde das nicht so gut. Und wenn ihr, wenn ihr, wenn jemand unter euch ist, der sowas erstellen kann, der schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Intro und Outro habe ich natürlich auch, aber ich finde, dass es alles nicht so gut ist. Und würde mich freuen, wenn mir jemand das schicken würde. Und so. Und ja. Hey, können die Skelette fliegen? Die sind gerade über dem Magie-Tingler gewesen. Was? Nein, das ist so ein Hütentyp. Nein, ich hasse diese Typen, die nur Hütten setzen. Die sind verrückt. Aber zum Glück haben diese blöden Dinger nicht so viel Leben. Die kann man leicht zerstören. Hey. Lol. Setzen. Alles klar. Feuerball gegen den Magier. Und der war der erste, der mit... Als ob. Nein, oder? Skelet-Armee. Ihr packt die... Barbaren. Gott. Geile Lex. Ja. Das ist halt eine Zeit, wo ich nichts setzen kann. Lol. Oh, das verschnellert sich alles. Auch geil. So, Knall. Bumm. Diese blöde Skeletz-Dings, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Nein, diese blöde Neger. Ich weiß, dieser Ausdruck ist ein bisschen zu übertrieben, aber... Ist geil. Nein, ich setze, glaube ich... Oh, shit. Der hat's. Der Päcker. Ich setze mal den Prinzen. Mann, willst du mich verarschen? Und der kommt jetzt mit dem Päcker dagegen, oder wie? Ja, genau. Sein zweiter Tau ist da. Nein, 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 der meint auch. Ähm. Da. Kommst das mal ins Gesicht. Der Prinz macht's schon richtig gut, ja? Nein, Mann, kann der Luftanheiten angreifen? Ähm. Ähm. Goddammit. Skelettermähe. Ah, komm schon. Mehr Skelette. Yeah. Mann. Der blöde Ofen. Dieser blöde Ofen. Ah, 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 ah. jetzt holt er diese schlechten Spieler. Dann haben wir anscheinend eine Goldtruhe bekommen und mir fehlen noch 8 Kronen zur Kronentruhe und ich glaube, ich werde, bis mir jemand irgendwo auf Twitter oder so ein Intro, Outro und so geschickt hat, werde ich auch nicht meines benutzen, weil es irgendwie voll komisch aussieht. Der Bildschirm ist dann irgendwie verkleinert und alles. Ja, schreibt mir auf jeden Fall die Kommentare wie schon tausendmal gesagt, ob ihr das, ob ihr sowas machen könnt. Und ja, würde mich freuen. Jetzt würde ich sagen, wir machen noch einen Kampf. Wahrscheinlich mal noch einen besseren Deck. LOL. Der hat so ein Sonic & Knuckles das Symbol da oben. Ganz oben links. Sein Banner. Kanal Banner. Ja, ich habe heute eins bekommen. Sonst brauche ich auch noch ein richtiges. Ja, genau. Er hat auch noch so einen blöden Entferno zu haben. Gut, mein Pecker ist tot. Geil. Und wir ficken im Karton. Ähm, was? Hat die Wers gesagt? Ähm, äh, ich nicht. Und schaut auf jeden Fall mal bei Finnegan vorbei. Der macht auch Clash Real und er wollte mir erst alles machen. Kanal Banner, Intro, Outro und so, aber da, ähm, über Skype. Und der hat auch heute ein Infovideo hochgeladen, und dem er das sagt. Das ist ja alles, dass er jemanden das machen kann. Und es dauert höchstens einen Tag. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Würde... Ah, dieser blöden Lex! Dieser behinderte... Ähm, ähm, Feuerturm, da, Entferno-Turm. Dein Ernst! Du kannst mich mal, Junge! Feuerball! Diese blöden Lex! Alter! Nein, 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 nein! Skelettermil! Ach! Goddammit! Diese behinderten Lex? Ich kann nichts dafür! Ich hab gutes WLAN, ihr seht das! Es liegt entweder an meinem Handy oder an Clash Royale! Clash Royale! Könnte sein, weil bei dir ist dein Handy auch nicht aufgehangen worden. Nein! Sein komplettes Handy ist aufgehangen worden wegen Clash Royale. Nicht nur komplettes, nur Clash Royale! Du hast aber dein blödes Handy neu starten müssen. Ich weiß, weil Clash Royale nicht funktioniert hat. und wegen Clash Royale ist das abgestürzt. Als ob... Beleidige nicht mein Handy! Dein Handy ist scheiße! Genau wie deins! Ich hab ein gutes Handy, bei mir bleibt es nicht so oft hängen. Nein, 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 nein! Als ob der mich gerade mit gefallen gefickt hat! Ha! Hast du verdient! Deine Mutter hat dich nicht verdient! Ja, echt? Richtig, weil ich so gut bin. Ja, genau. Oh, shit. Lex, geil. Und dann verliere ich auch nur wegen diesen Behinderten, Lex. Immer diese Chinesen. Oder Asiaten, oder Japaner. Rassist. 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 Okay, ich brauche ein komplett neues Deck. Meins ist. Scheiße. Ja, ich glaube, ich nehme eh das, oder? Ja, das passt. Willst du einen Testkampf machen? Du, ja genau, du willst einen Testkampf machen. Äh, nein. Warum? Mein Akku ist fast leer. Stecks an. Ich habe keinen Ladekarten dabei. Fick dich. Nimm deinen Ladekarten. Da, Ma. Ich habe einen LTheyckart. Ich habe einen Ladekarten. Ich habe eine Ladekarten.